Ach ja stimmt, ich krieg ja meine Schacke gleich. So, wo tu ich das hin? Hat jetzt jeder von euch eigentlich dieses dreifaches Rucksack? Was dreifacher? Ne, ich glaub Feier noch nicht, aber das kostet jetzt auch zu viel. Ja, ich hab auch noch nicht, aber wir wollen nicht so gucken. Ich weiß nicht mal ob Feier den zweiten Rucksack hat. Ich hab einen Rucksack mir mal gekauft. Ja, dann passt, dann hast du den ersten. Das sind, glaub ich, drei Plots, oder? Ja, und du hast halt zwei Fall, zwei Spalten. Okay, Alter, ich kauf mir vielleicht auch verschiedene, da wird wir schon... Ja, ey, aber sag, welche die besten sind, weil ich hab ja jetzt... Oh, ey, ich hab auch voll Bock auf Döner jetzt, danke Joker, danke Alkan. Ey, nimm auch so Samen, die so bleiben, weißt du was ich mal? Ne, ich mach Melonen. Melonen sind sau teuer, Alter. Mit Melonen kriegst du Gold wert, Alter. Und lass... Also ich wär dafür, dass wir auch welche haben, die so von alleine weiter wachsen. Ja, die kannst du kaufen. Ich mach immer so, dass wir nur einmal die abernten und fertig. Die sind dann die meisten wert, die haben am meisten Wert. Aber wegen Sprinklern, das wär eigentlich voll praktisch. Weil die Waffen selber hat. Ja, einerseits ja, andererseits nein. Es gibt... Was wir dann machen, wenn wir auf jeden Fall ein bisschen fortgeschrittener sind, ne? Machen wir das so, dass wir antike Samen nehmen. Aber da müssen wir echt Glück haben, dass wir dieses antike Samen-Dings kriegen. Wenn wir das haben, die wachsen immer nach und sind übelst viel wert. Ey, ich muss erst das Dünger drauf, ne? Und dann die Samen. Ja, Dünger rein. Ich hab Iridium... Jungs, ich hab Iridium Erz bekommen. Hey, wir verlieren voll Geld. Ja, weil der kauft... Ja, weil ich Geods öffne. Hey, hast du nicht Samen gekauft? Ah, ne, grad... Ne, ich öffne grad Geods grad. Welche Samen soll ich kaufen? Das mach ich gleich. Loll, was hab ich denn für'n kranken Jaspis. Na gut. Ich spende was im Museum, weil das... Das Zeug ist nicht viel wert. Ich gehe jetzt schlafen, damit ich hier Energie habe. Dann kann man gleich zum Miner. Ne, ich spende. Weihren, Gespellende, Sandstern. Ja, okay, du kannst doch noch die Samen drauf tun. Ich hab jetzt überall Dünner drauf. Äh, tu die... Tu die guten Samen, aber ganz nach vorne. Also, weil das nicht besser sind Dünner. Oder kaufst du nur eine Sorte? Ne, ich kauf mehrere. Ja, also ganz... Also vor deinem Haus, wo es anfängt, da ist es guter Dünner. Und ganz unten beim Kraut ist schlechter Dünner. So, was brauche ich jetzt hier? Äh... Ich mach das nämlich so, dass wir hier... Einmal Tomate, einmal Peperoni, einmal Blaubeere, einmal Melone. Okay. Melone kaufe ich jetzt extra öfter, so. Ich brauchte einmal Blaubeere, ich brauch einmal Peperoni. Peperoni wächst immer nach, damit du Bescheid weißt, ne? Ja. Ja, das tut es dann nach ganz vorne. Äh... Weil ganz vorne ist das Dünner, ähm, was ähm, die Produktion verschneller hat. So, jetzt mach ich Melone. Ich hab 20 mal Melone gekauft. Und das Dünner, was hochwertige Chancen hat. Okay. Also, wir können Iridium-Bahn machen, wenn du Bock hast, Alkan. Welche Bahn? Iridium. Das Beste, was es gibt. Ich hab keine Kohle. Können wir später machen. Übelst heftig, ne? Wir können Iridium-Bahn schon jetzt schon machen. Der kriegst du normalerweise erst in der zweiten Mine. Und wir haben übelst die wertvollen Steine noch. Ey, aber ich überleg grad, wenn wir bei, ähm, diesen Nachwachsenden machen, können wir dann hier durchlaufen, so. Ach, das, was schon gegossen ist, oder was ist... Ja, wie, weil, wenn du... Ich hab ne Idee, mach bei dem Peperoni hier immer... Hier nicht. So kann ja gar nicht Geld umgehen. Ja doch. Was laberst du für ne Hundescheiße? Man kriegt doch immer den Samen, das ist zurück, du Idiot. Naja, du checkst ja gar nichts von der Ökonomie, Alter. Äh, lol, warum ist denn das jetzt weg? So in der Straße. Ich tu die jetzt einfach irgendwo hin, ist mir scheißegal. Das hier kann man auch abreißen, oder? Was soll ich vergammeln? Achso, ja, das kannst du wegtun. Ey, lass das mal hier so machen, dass du da Sprinkler hinmachst. Hier nochmal, oder was? Ja, hier, da haben wir doch jetzt erstmal schön alles gemacht. Und dann können wir hier richtig viel Zeug ernten, Alter. Lass mal hier richtig schön krank machen. Lass mal voll viele Sprinkler machen. Ey, ich kann Einmachgefäser und so machen, ne? Was ist das? Oh, Marmelade kannst du da mitmachen. Okay. Holz, Stein, Kohle, wir haben keine Kohle, ne? Warte, warte. Das war nicht alles wahnsinnig. Ach, nicht, ach, mit rechts klick machst du damit ein Schwert so richtig kritischem Schaden, oder was? Okay. Na gut. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Jawoll, mal ein Ding in die Mine. Ah, ich hab aber immer noch meine Hacke nicht. Ich kipp dir erst morgen. Lass mal pennen. Lass mal einfach den Tag durchpennen. Lass mal einfach den Tag durchpennen. Lol, wir haben Geld gemacht. What the fuck? Ja, klar, ich hab ja wertvolle Sachen rein. Ah, er hat mal Lachit verkauft. Nur nix, nix spenden. Ja, warum soll ich hier auch teure Sachen da rein spenden? Bin ich behindert, oder was? Warte mal, sind die jetzt gebrochen? Los geht's, lauf zur Mine, let's go. Hallo. Ja, ihr könnt schon mal gehen, ich komm danach, weil ich muss bis neune warten. Na, Hoppfeil, wir können gehen. Warte, ich geh jetzt erstmal hier rein. Oh, ich hab Weintrauben gefunden. Stimmt, warte, wir haben Pilze hier. Sau lecker, leckerli. Nochmal ne Weintraube, geil. Ne, wer ist denn das, was ist das für ein Penner? Was ist denn? Der Linus, wieso kommen wir nicht über mich los? Ich schaue mich über mich. Haha, Linus. Hahaha, Linus. Dieser Penner hier. Ja? Neandertaler. Neandertaler. Ich geh jetzt mal zum Community Center. Und dann komm mal zur Mine Feier, wenn du Bock hast. Get on my level. Ah, jetzt sind mehr Schleimis. Ey, get on my level. Ich töte gerade Schleimis, ich muss Schleimis töten. Warum tötest du die schweren? Töte doch die vom Level 1. Ja, manchmal. Ah, Level 1, nun. Ah, ist okay, get on my level. Bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Alter, lecker. Herbstfülle. Welche Brückenreparation? Ach, das führt dann zu diesem einen Ding dahin, oder was? Oh Mann. Ja gut, das haben wir eigentlich so gut wie geschafft. Muss noch ein bisschen was sammeln im Sommer, aber alles okay. Schaublagu. Wer hat eigentlich Bock zu angeln? Müssen wir eigentlich wegen, grundsätzlich wegen dem Ding machen. Wegen dem Community Center. Im Ozean müsst ihr angeln, glaube ich, oder? Müssen wir, ne, muss man nicht, oder? Doch, wegen dem Kuckelfisch müssen wir angeln, Jungs, im Sommer. Also, ich bin in der Mine. Kommst du, Alcon. Ja, ey, war im Ding. Ich hab ja jetzt die gute Spitzwacke, glaubst du, ich kann schnell. Okay. Äh, kaputt machen die Steine. Ja, kannst du auch. Ich hab hier jetzt Stahl. Ach du, ist erst Stahl. Ja gut, es geht. Stahl ist jetzt nicht so krass. Gold ist übelst krass. Okay. Hier. Hier, diese Roten, die können auf einmal aufsteigen. Das sind dann solche Viecher. Und von denen hab ich den Krebs gekriegt. Da, ey. Da, ey. Was auch vor dem Fettsack, der ist komplett OP. Scheiß auf, die brauchst du nicht zu bekämpfen. Du musst einfach die Steine abbauen. Scheiß auf die Huren, Söhne. Ja, die bringen eh nix. Du kriegst von den eh nix. Äh, doch. Den Schleim musste ich töten. Ja, das kannst du doch danach irgendwann anders machen. Töte die Level, die Level 1er lieber. Geh lieber in, 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 in Raum 1 und töte die Schleime da. Kommst du in die Mine, Alkan, oder wie sieht's aus? Egal, ich lauf, ne. Digga, kommt jetzt mal hier die Treppe? Hier. Du musstest den Schleim töten. Loil, rote Kristalle. Loil. Feuerquarz. Geil, gib mir den. Ja, warte, ich leg ihn dir ja gleich einfach ein. Hier ist der nächste leider. Welche Ebene seid ihr? Ich bin auf 87. Immer schön töten hier die Viecher. Meistens geben die das dann frei. Alter, mach jetzt schnell alles kaputt. Alter, das kannst du sowas doch vergessen. Guck mal, wie schnell ich kaputt mach. Oh. Ja, kannst du schön machen, ich hab keine Energie. Ich sammel das Zeug auf. Mach das. Ich kann, ich kann die, ich kann die Gegner besiegen. Hier ist nur Smaragd, wenn du Bock hast. Hier ist der nächste Weg nach unten. Okay. Nimm erstmal den Smaragd. Oh, nochmal Feuerquarz. Okay, dann brauch ich es nicht, dann kannst du es verkaufen. Wo? Ah, okay. Schattenessenz habe ich gekriegt. Wie kriegt man am besten Kohle? Kohle? Das ist echt ne gute Frage. Ne, man kriegt die auch in die, da sind so Loren mit Kohle und so drin. Okay. Und Bleiter? Lappenviech! Ich hab Bleiter, ne? Ne, ich komm. Neu, das hier krieg ich noch einen nicht. Und hier ist nochmal eine Leiter. Was ist das? Hey, kommt halt einfach noch durch die Leiter. Okay, was kriegt man hier? Obsidian schneide, geil, wir haben ein neues Schwert, Jungs. Ist es gut? Stufe 9 ist es. Ja, moin. Dicker, Feier, du kriegst mal übelst die Strafe jetzt, ne? Ich glaub, man kriegt hier mal verlieren Gegenstand sogar. Geil. Noll, Linus hat mich gefunden, meiner. Ja, du kriegst übelst die Bestrafung. Ich geh lieber raus, ich bin auch komplett low AP. Ich ne, ich bin auch full. Vielleicht schaff ich ja noch ne Ebene, 95 oder so. Ja, 90 hab ich auf jeden Fall geschafft. Ich hab zwei Sachen aus meinem Rucksack verloren. Nein, mein Schwert! Echt? Das sag ich ja, siehste. Deswegen muss man aufpassen. Kann ich das aber wiederfinden? Nee. Musst du im Shop kommen. Aber du bekommst bei 90 so oder so ein neues Schwert, dann nimmst du das einfach. Ist doch scheißegal. Das Schwert ist voll krass, das one-hitted fast alles. Ja, das 90er Schwert ist viel besser sogar. Das hat einen Schleim in drei Schlägen kaputt gemacht. Aber rechts klicke Scheiße ist nur Block. Ich hab Bock auf Döner. Ha, 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 ha. Feiert Bock auf Döner. Ja, stinkt nach Müll. Feiert Bock auf Döner. Ja, hast du eine normale Weintraube? Wenn ja, dann tu die ins Community Center. Nö. Warum? Aber Schleim kann ich verkaufen. Nee, Schleim brauchen wir. Okay, aber Feuerquartz kann ich doch verkaufen. Nö, das kannst du verkaufen. Genau. Was? Kannst du verkaufen? Das brauchen wir nicht. Normales Quarz? Genau, Joe. Keine Lügigkeit. Wobei, ich glaub Feuerquartz brauchen wir auch. Oder? Ja, was denn jetzt? Nee, ich glaub Feuerquartz, lass das erstmal. Das können wir alle später auch noch verkaufen. Alle, was denn das für ein Vieh? Das spuckt auf mich. Was macht denn der für ein Hula-Chapa Moos? Ja, das ist der Mond, ne? Ja, der macht so grüne Schüsse. Ha, ha, ha. Ja, ha. Aber der Schnelltot. Ja, der Indianer. Das ist der, das war Indianers Kumpel. Ja, das war Indianers Kumpel. Ich feier, lass mal das Zeug sammeln. Na, ich geh zum Kumpel und ich seh... Und jetzt hab ich so grüne Schleime wieder. Und die Musik geht auch übel ab. Ich hab voll Bock jetzt. Wir brauchen übelst... Wollen wir mal Kohle kaufen, ganz im Ernst? Wir brauchen Kohle. Der ist teuer, aber glaube ich eine Kohle ist doch 50. Ja, Kohle ist sau teuer, ja. Wie viel ist 50 oder 100? Weiß ich nicht. Ich glaub 50. Ich meine nicht mal für die Ärzte. Ich brauche das für die Einmachtgläser. Einmachtgefäße, damit wir Marmelade machen können. Der ist doch so voll teuer. Ja, auf jeden Fall. Aber ich brauche auf jeden Fall die Einmachtgefäße. Digga, wie krank kriegt man denn noch Kohle aus? Wo muss man das nennenpacken bei einem Community Center? Du musst gucken, wo das hingehört. Schau, am besten erst mal auf das Symbol klicken. Dann klickst du dich durch und dann suchst du nach dem Symbol, was du da rein tun willst. Dann musst du es genau da in den Bündel rein. Hier ist doch nur irgendwo Weintrauben. Doch, Weintraube ist bei diesem, wo du als erstes geklickt hast. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das mal lesen, wo du das nicht lesen konntest. Genau da musst du das rein, in irgendein Bündel davon. Ah, hier. Da muss Brombeere. Hier, Weintrauben. Hast du es rein? Ja. Okay, sauber. Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch... Was brauchen wir da noch? Warte, ich gucke... Bei dem Bündel müssen wir... Bei dem Bündel müssen wir... Gewürzbärbe. Bei dem gelben Bündel brauchen wir Edelwicke noch. Was für Edelwicke. Edelwick. Dreck'nwick. 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 Aber gut, habe ich jetzt nicht gefunden, die Gewürzbeere. Jokey, stell mir so vor, wenn ich dich mal besuche, dass ich dann wieder mit Laptop komme und ich dann so auf einmal auf den Laptop dann zu Stadion Valley zocken, dann machen wir so Aufnahme. Ist ja an, aber irgendwie kacke. So, ich gehe jetzt ins Bett. Das war's. Tschüss. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt verkaufen darf. Wie lange muss man bei euch warten, Alter? Wir kriegen eine Strafe wegen euch. Ja, wir werden auf jeden Fall vor dem Ding auf jeden Fall einschlafen. Ja, komm doch mal zurück. Ich bin noch hier drin. Was ist mit dir? Ich tue mein ganzes Zeug noch rein. Dann zu später. Alkan, du auch. Komm jetzt. Macht schnell! Okay, Alkan fehlt. Toll, Alkan. Hey, was ist denn jetzt los? Da war Blitz, Digga. Hast du gehört, ne? Das heißt, es könnte sein, dass wir hier irgendwie Schaden bekommen haben. Ne, es hat mit Alkan nichts zu tun. Aber warum ist der gemutet? Ist er gemutet oder was? Und checkt es nicht? Es gab Erdbeben! Fuck, Alter! Es kann übel scheiße heißen. Okay, wir haben Glück. Glaub ich, oder? Oh, die Musik ist geil. Ja, toll gemacht, Alkan. Du hast... Du hast verpennt. Schön. Schönen Dank. Loll, das ist so peinlich. Ich habe meinen violenten Glücksshorts verloren. Ja, der hatte nämlich einen One-Night-Stand mit einer Fotze gehabt. Und er hat es vor ihr liegen gelassen. Echt jetzt? Ja, ja. Ich nehme den Auftrag an. Ja, habe ich auch angenommen. So, ich habe das Eichenharz hier reingetan. Ich überlege gerade, brauche ich mal Koralle? Ne, ne? Glaub nicht. Gewürzbeere. Hast du eine Gewürzbeere? Tu die ins Community Center und hast du ein Bundle-Complete. Ja, ne. Als erstes mal gehe ich und suche, äh, die Unterhose. Digga, die Unterhose findest du nett. Du brauchst... Lass das lieber mit der Unterhose. Ich weiß, wo die ist. Die kriegst du nicht. Noch nicht. Ich kann dir sagen, wie du... Ja, wir können das Bundle komplett machen. Digga, du brauchst... Nein, du brauchst das eine Gewürzbeere und die habe ich auch. Wir haben das jetzt. Ich tu die Gewürzbeere rein. Ich habe ein Meridium-Erz-Baden erstellt gleich. Ne, die dauert zehn Stunden. Das kannst du vergessen. Das Ganze warten. Ohne Ende. Ne, da braucht zehn Stunden. Aber geil, ne? Iridium schon. Übelst heftig eigentlich. Von wo haben die das? Ich habe... Ah, ne. Genau das Bundle. Ich habe sechs Iridium-Herz bekommen. Von wo? Vom Bundle? Ne, von einem Geod. Sommersaat! Ach ja, ich öffne mal meine Geod. Da kommt jetzt auch safe voll der Kranke. Kack. Ich habe nämlich Magma-Geode, zwölf Stück. Digga, öffnet die mal. Jetzt kriegen wir gleich voll viel Video. Oder gib mir die. Ne, ich öffne Digga. Mittwoch-Ruhetag. Ja, was ist denn das für ein Bastard, man? Hä, was? Ich will Samen kaufen, aber kann ich nicht. Mittwoch-Ruhetag. Hahaha. Was kann man Mittwoch-Ruhetag? Sommersaat können wir eigentlich anpflanzen. Komm, pflanzt sie an. Äh, was mache ich denn so lang? Ich kaufe mir, glaube ich, nur ein neuer Angel. An ihm werde ich mich nicht so fokussen. Ich habe keinen Bock zu angeln. Hier ist ein Arzt. Ich will lieber an der Mine chillen. Das macht mehr Spaß. Ich gebe das ganze Geld aus für Krankenhaus. Und Feier, gib einfach Geld aus für irgendwas. So, also. Okay, nur Scheiße. Okay, Iridium-Erz, Sexstück. Ich habe ne Angel jetzt gekauft. Ich habe Sex, Iridium-Erz. Was ist denn eigentlich bei einer von uns ne Freundin? Ja, ist nix. Nochmal Iridium-Erz, 12. Iridium-Erz. Nix, dann haben wir ne Freundin. Geil, ich glaube, ich suche mir jetzt eine. Haha, du musst doch erstmal... Du musst aber dann jeden Tag mit ihr reden, sonst geht's... Sonst mögen sie dich nicht mehr. Da ist der Louis, da ist der... Na, du kleine... Na, fix dich an andere Frauen. Haha. Ah, weg! Wie kann er es wagen, oder, Feier? Die gehören doch alle dir, die Weiber, oder? Der wird jetzt gemobbt. Hahaha. Toll, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Ich hab schon mal vor so ne friedliche Stadt und auf einmal... Wo hast du deine Sommersart hin? Ja, hab ich nicht mein Inventar. Ey, ich verkauf jetzt voll den knacken Shit, ne? Leute, man kann... Ey, ich verkauf jetzt voll den knacken Shit, schau mal, Feier. Ah, was denn das ist? Das ist ein... Das ist irgendwas zum Museum spenden, aber lieber verkaufen. Ich kann dir mal vorlesen, was das ist. Das ist... Ähm... Warte... Barit... Äh... Aurignen... Euer Upal... Ne, hier ist doch... Hier ist doch ein Saus. Äh... Helvit... Obsidian... Feier, du brauchst da gar nichts machen, Decker, wir haben hier alle schon vorbereitet. Tu das mal hier hin, wo die Sprinkler sind, außenrum bei den Sprinklern. Da kannst du das reintun. Nein, du machst hier nix. Ja, wobei, hier doch. Hier kannst du machen. Hat jemand von euch eine Kohle? Nein, hier nicht, Feier. Hat jemand von euch eine Kohle? Hey, nein, da musst du nicht. Feier, Mann, checkst es jetzt mal. Junge. Mann, dann halt doch mal die Schnauze, Mann. Ja, du machst es doch eh falsch. Ich willst du doch... Mann, dann nimm den Scheiß. Warte, wo ist der Müll? Hat jemand von euch Kohle? Die können nur vier Felder machen. Hat jemand von euch Kohle? Ne. Glaub nicht. So, hier, siehst du, Feier, man kann nur vier so reintun. Genau so kannst du die nur machen bei den Sprinklern. Bei diesen hier. Ne, mach du das nicht. Ne, guck, siehst du das, wie ich das mach? Mach jetzt. Ja, schau doch zu, du Fettsack. Merkst du jetzt, damit du es auch dann machen kannst. Irgendwann. Siehst du das? Ja. Ja, genau so kannst du es nur machen, sonst net. Sonst wären die nicht ge... Immer rund um das Ding, ne? Ja. Also auch hier wieder... Nur vier Stück gehen, außen rum. Oh, der hat ja keine krasse Reichweite. Ne, das ist halt Anfangssprinkler. Der ist noch nicht so gut. Aber wir haben alle verbraucht, also sauber. Aber das... Wenigstens werden die automatisch gegossen, ne? Sind jetzt alle Sprinkler gegossen? Ne, das machen wir morgen. Morgen machen wir das. Hä, die sind doch schon alle gegossen. Ne, nicht alle. Und warte mal, du hast da hinten irgendwas mit Bäumen mal gemacht. Ich guck mal, ob da was gewachsen ist. Was soll ich mit den Edelwecken machen? Ja, das ist Eichenharz oder so. Eich, Edelwecken kannst du verkaufen. Ey, gib mir das Ahornsirup, das brauche ich. Ahornsirup? Genau, das hast du ja genommen. So, damit können wir jetzt, glaube ich, schon wieder einen Bundle completen. Weintraube auch verkauft. Ey, feier dich, ich kann dir mal... Du kannst mal diese Mixed Seeds da... Ne, okay, brauchen wir nichts. Ihr Video umbarren, ja, tu das mal rein. Wie viel hast du jetzt davon? Geil, Alter, wir haben einen. Sick, Mann, das ist übel sick. Oh, einen, oh, Mann. Ja, haben wir Kohle, dann kann ich noch einen machen. Nee, wir haben keine Kohle. Indy-Win. Nein, ne Frisse, das ist ja Minecraft viel besser. Wie gesagt, ich brauche auch übelst viel Kohle. Obwohl um 17 Uhr lohnt sich das gar nicht, irgendwie zu dem Ding zu gehen. Doch. Fünf Türen schaffst du safe. Das war's mit dem Parkschuss. Ha, das ist guck mal. Guck mal, er hat... Voll der Prank, die dachten es war. Ha, das ist so krass. Jetzt folgt ein Let's Plump. Ha, das ist voll... So direkt den Cannabis-Mod ausprobieren. Ja, hier ist Let's Plump. Oh, Moment. Jetzt herzlich willkommen. Hier haben wir Purple Cush. Ha, ha, guck, meine Weed-Form. Ich meine Meinung, ja, es ist ja richtig klebrig und es riecht richtig intensiv. Also, die Konsistenz davon ist mega geil und ja, jetzt mach mal einen Test. Ey, stimmt, alter Jungs, wir haben ja hier übelst schon fertig. Da brauche ich den Ahornsirup, glaube ich, nicht mal mehr. Oder? Ha, Ahornsirup. Das ist eine gute Frage, ob ich den brauche. Ha, Ahornsirup. Und Jungs, merkt euch das mal, wenn wir Melonen kriegen, ne? Dass wir, dass wir Goldsterne, dass wir die behalten. Das ist wichtig, weil das ist auch für ein Ding. Ich weiß, hab ich schon verkauft. Nö, lieber verkaufen. Scheiß auf Community Center. Alter, wir brauchen nur noch eine gefrorene Trähe. Oder lass einfach in den Müll schmeißen. Gefrorene Träne. Du Migräne. Du hast Migräne. Hä, Hä. Was? Ach hier, ich bin doch im Ge... Ich mach mal hier die ganze Scheiße weg. Das nervt mich voll. Bist du auch im Hofblatt? Ja. Ja, ich hör das nämlich.